Weil die mich hier gerade beschossen haben ohne Ende. Na, da wollen wir schnell hin. Boah! Hier brauchen wir 5 Nutten. Dann flitzig zu den anderen Nutten gerade hier hin. Wir sind halt noch halb Meter geradeaus. Na komm, steig doch ein. Oh, die scheiß Fliege, Jörg. Oh! 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 Also ich habe 2 Bier! Ich habe 1! Ich habe überhaupt nicht eine Bainbegreine oder? Das ist genau vor mir! Ja? hier haben wir siehst du hattest 2 und 1 laut adam riese 3 ja 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 erzähle ich was du arbeitest onkel r auch hier auto auto ausgeschaltet wieviel minuten schaffe ich? ich habe 2 minuten bei ich habe hier eine nervige fliege bin ich ok wo sind wir? auch hier oben sind wir jetzt da zuerst hin da muss ich auch hin gut ich fahre oh ist er nicht hier steck ein Mensch Alter du leckst übelst ich lecke du leckst übelst nee nee fahr du mal ich habe aus versehen jetzt gerade turbo angemacht dazu leckst du übelst jetzt im ts oder im spiel? im spiel dass ich was mache und dann siehst du das erst später oder was? es ruckelt wie du spielst ja keine ahnung warum ich habe nichts an oder so kann sein dass mein firefox wieder zu viel auslastung hat dass ich das 2 geschlossen habe aber dass der immer nur offen zählt die firefox ist mal wieder das problem ja und das maske jetzt schließen die sanskarte habe ich eigentlich so eine Karre hier schon so eine Karre habe ich noch gar nicht gedingt kam los ach die Jundo nicht wieder ewig onkel lass mich doch ist doch eine geiquel sich das ist doch eine geiquel wissen da ist doch eine geiquel wie ich will ja ich hoffe dass wir die denn schnell hinter uns bringen dass wir dennoch dings machen können heute wenigstens bemission muss geigeln muss man ja auch nicht zu sehr ausweiten ich schon kaufen bist du sicher ja ich habe auch so ein habe ich schon getunt ich weiß es ob jetzt auch nicht so ganz genau und objekte kaufen dann können wir mission machen dann hast du immer noch nicht alle gekauft machen wir erst mal gekauft und dann habe ich alles ich habe gesagt wundert dich nicht wenn du mit dem flugzeug drüber fliegst du zu schnell fertig bist 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 du zu wieso verreckt ich bin noch nicht schnell verreckt schnell fertig bist du weiter ja nicht nur ab da oben die mission erst mal abgehakt haben da ist alles weg grau 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 das ist die einzige die nicht grau ist da oben outfit gehen halt immer am schnellsten gleich völlig eingekleidet dann kommt mein outfit so wie meine aussieht finde ich cool und so bleibe ich hoffe dass ich das bei sancho 4 mit übernehmen kann doch langweilig ja später dann mal mal gucken was da neue dazu kommt dann schon mal was anders machen aber dass ich meinen charakter wenigstens übernehmen kann der sieht ja aus wie ich ständig gleich ist das ist ein foto von mir ein bisschen arrogant bist überhaupt nicht so ein foto von mir eindeutig so ich nehme eine mission an ok ich bin noch im pläderladen ich kann nichts machen ich habe es jetzt noch ein gebäude sammeln wirst du mit dem flugzeug zu flogen genauso die waren ja nicht zusammen da wäre ich sogar noch schneller fertig gewesen weil bei dem das innerhaus war ja nur zwei häuser weiter und da bin ich mit dem helikopter hingeflogen musste ich erstmal abheben rüberfliegen runter mit rennen schneller gewesen wäre schon fertig gewesen schon lange fertig gewesen so deswegen deswegen habe ich vielleicht gelebt der hatte ein update von von firefox wenn ich hoffe gleich die ganze leitung beschlacht nimmt auch von 21 auf 22 klasse ja klamotten gehen schneller sage ich nur du brauchst mich jetzt nicht zu nerven ich sag nur den spruch klamotten dauert bei die genauso ja im normalen spiel das ist eine geige sachen alter deswegen sage ich doch viele leute mögen geige sachen nicht deswegen sagt man die vorher an jetzt gleich sagen sollen aber auch missionen hätten die missionen gemacht fertig ich wollte die landkarte nur schnell fertig machen aber nicht dass wir hier noch drei tage nur die landkarte brauchen ich wollte heute eigentlich schon noch in die missionen machen platz mit x war wohl nichts aber dann sind die geile ist ja schon endlich weg und dann brauchst du nicht mehr ewig durch reden kann man alleine gefällt das irgendwie alles nicht ich nehme mal was lustiges oder so ich nehme das oder doch nicht ach hm 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 weil man wir gehen mal zur los so die die der die 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 kann Ich kann mich in den Holzabneum holen. Äh, was genau müssen wir jetzt machen? Fahr da hin und hol nütter ab. Ach so, alles glaube ich doch mit diesem... Ja schade, dass er nicht Tiger ist. Also du musst unbedingt deine Mikrosensivität herunterschalten. Seit dem neuesten hört man sich rumscheißen. Die ist off. Oh, die ist bei minus 10, gut. Können wir auf minus 2 machen. Vielleicht ist die dann besser. Weil die hat die Grund der Regel, dass sie mich hört, weil manchmal ist das Mikrofon nicht anhören. Also nicht rechtzeitig anhören. Ja, da steht sie. So. Okay. Okay. Ja, die peitscht den aus. Was? Kommen wir den wütenden Kunden. Ja, das sind so, so wie letztens die Reporter sind jetzt wütende Kunden. Okay, die hat gerade ein Gerät benutzt. Aber der Typ ist echt schwer zufriedenzustellen. Willst du irgendwas machen? Ja, ja. So wie immer. Rechte aneinander hocksteck. So lange rumdrehen, bis es da ein Kreis ist, wo ich ihn hin machen soll. Und mit dem linken dann hoch runter links rechts, je nachdem was mir angezeigt wird. Töte die Zielperson. Was? Du musst die Zielperson jetzt töten. Die muss überfahren. Sofort weiter geht. Vorher kann ich nichts mehr machen. rechts. Ich weiß. Ich seh's. So. Den überfährst du jetzt. Da noch ein Bulle. Dann musst du nochmal. Nochmal. Oh jetzt ist er weg. So, jetzt kann ich wieder. Oh 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 wo genau jetzt muss der dreieck drücken konnte und er möchte das james rose special boah alter ach zum porno kino musst du jetzt umdrehen ich kann noch mal was ich kann noch dass er ein bisschen runter geht ja komm schon wie viele finger sind da was er macht ich schaffte ich schaffte m leck mich doch fett geschissen was kannst du machen was kann man dort ok das nächste um es alles abgearbeitet scheiße schwierigkeitsgrad hart natürlich wieso sind denn jetzt drei bühne ich mache eine entführung gerade schön